Hallo und herzlich willkommen wieder auf einem weiteren Video auf dem Kanal. Wir spielen heute eine Adventure Map von irgendjemandem, die für Basti zockt gemacht wurde. Ich würde jetzt gerne mit Octafile spielen, aber ob das alles soweit ich weiß, wäre 1.7.2 und das wäre für 1.7.9 oder 1.7.10. Hallo Basti zockt. Nein, ich bin nicht Basti zockt. Hier ist meine Adventure Map für dich und ich glaube, über die Rechtschreibfehler sollte ich mich nicht aufreigen. Es ist ein Jumping One Map. Essen gibt es in einer höheren Ebene. Bitte spiele im Peaceful Modus. Viel Spaß. Und ein paar Wörter. Ich muss noch Sachen mit 9 Sachen mit Büchern. Das ist ja auch egal. Bitte spiele mit dem Mistdetektion Pack, weil ich sie gemacht habe in dieser Map. Regeln machen nichts kaputt und habe Spaß. Diese Map ist klein aber fein. Okay, ähm, tschüss Buch. Also, nein, tschüss. Und ich habe gerade irgendwie ein paar Probleme mit dem, mit irgendwas. Okay, bis gleich. Okay, bin schon wieder da, habe irgendwie Internetprobleme, keine Ahnung. Ähm, so, 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 so. Du hast es geschafft. Jetzt wird es schwieriger. Es gibt nichts mehr zu sagen. Deswegen viel Spaß, Basti. Ich bin Basti. Wow, 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 wow. Das ist krass. So, ist es so. Ähm, also, ähm, warum fehlt da einer? Ähm. Auf jeden Fall, das war ich nicht. Nein, ich war das auf gar keinen Fall. Nein. Es wird bestimmt wieder in den Kommentar stehen. Sprünge ohne Speed kann ich eigentlich sehr gut. Komm schon. Komm schon. Mein Jump-U-Manskates zeigen sich. Okay. Schnelligkeit. Da ist ein Checkpoint, glaube ich. Ja, machen wir gerade mal. Was ist das jetzt? Rainbow Road. Okay. Ähm. Da runter wahrscheinlich. Oh. Okay. Dann hier hin so. Und das ist auch ein Checkpoint. Das würde mich jetzt echt mal interessieren. Oh, Tokio. Und. Yeah. Yeah. Ich hab's endlich geschafft. Also irgendwie sind ein paar Sachen aus dem Tun verschwunden. Und ich will's nicht jetzt. Das muss man auch erst mal nachmachen. Und das Internet ist grad irgendwie wieder gekommen. Auf jeden Fall. Ich hab's geschafft. Ich warte auf deinen Like. Ich warte jetzt echt auf deinen Like. Ich warte jetzt echt auf deinen Like. Nee. Also. Tschüss und bis zum nächsten Video. Das ist jetzt nur so ne kleine Spezial-Folge. Und tschüss und bis zum nächsten Mal.